hey leute was geht ab heute mal was ganz anderes außer legends die letzten zwei tage hatte ich halt schwierigkeiten games zu finden ging ja nicht nur mir sondern auch vielen anderen weil sie da noch probleme haben mit dem matchmaking mit dem king und ja ich hatte keine lust mehr da eine halbe stunde zu sitzen für ein game und nur ein game hochzuladen da dachte ich mir kommt dann machen wir mal was ganz anderes und reden mal über die neueste die menschen erfolge und folge 6 aus staffel 2 die aktuelle folge von gestern und ja falls wir natürlich noch nicht gesehen habt würde ich euch raten wegzuschauen und die folge hatte es richtig in sich und ich habe ganze zeit gewartet dass endlich team ist der wieder explodiert und gestern ist es so gewesen und digga 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 ich die folge hat mich richtig gecatcht und ja was soll ich sagen 11 von 10 folge alles hat gestimmt von anfang bis zum ende spannung kämpfe musik die kurzen rückblenden mit rengokus vater transiros vater dieser shot hier ist so richtig richtig clean digga ich weiß nicht was ich noch sagen soll diese folge war einfach mega nice alles also wirklich alles hat gestimmt und ja die sind wieder explodiert sage ich mal hier haben wir die zähne von daki hat sich dann natürlich ich sag mal soll ich sagen transformiert hat oder sie wurde halt stärke nachdem sie ihre links ihre tücher die um sie herum waren in ihr körper wieder zurückgeflogen sind und hier war die zähne wo sie dann angegriffen hatte nachdem der eine typ da meinte zu den sonnen beruhiger sein und so weiter erfährlich so was er gesagt hat dann sieht man hier hier auch richtig clean ja dann gab es natürlich eine zähne wo tanjiro sauer wurde und so ist ja klar und dann ja dann sehen wir tanz des feuer gotts knochenbrecher und animation war alles so richtig clean richtig on point wie immer bei denen und ja die kampfzehnte schneebein war sehr sehr mega aber natürlich hatte er vergessen zu atmen was dafür gesorgt hat dass er nicht mehr weiter kämpfen konnte und umgefallen ist ich dachte ehrlich dass tengen usi oder wie man ihn ausspricht auftaucht mit in us kill und er ist auch seine zu weil man von denen kurze zähne gesehen hat wie sie sich auf den weg gemacht haben ja es war aber nicht so endlich endlich dachte ich wir in dem augenblick ist sie aufgetaucht nezuko holy moly goly noly doly endlich sie ist in dem zähne mein liebnis charakter aus dem gott ihr design ihre art wie sie ist ist finde ich einfach so nice dass sich bei vielen weiblichen charakter in anderen animes nicht so ich bin jetzt doch stehende tausend animes gesehen hat wissen weil ich meine ich mir jetzt nicht so kein experte oder so nicht dass jetzt hate von experten kriege oder so aber sie ist einfach mein liebnis charakter mit in uske die mag ich auch aber sie ist wirklich over the top und ich bin einer der nicht wirklich viele anime ich sag mal und charaktere feiert da sind vielleicht höchstens noch ein zwei andere aber ja ich hatte gestern gehen sollte und ich habe geschrien digga ich habe geschrien und ich schrei eigentlich fast nur bei dring ball digga und ja da dachte ich mir endlich wo ich diese zähne gesagt ja man endlich und ja da haben sie kurz gekämpft der tritt den sie verpasst aber ich weiß nicht ob ich das zeigen darf das hat sich das mal lieber nicht aber hier diese zähne wo sie endlich ihre dämon ich sag ich glaube dass ihre richtige dämonen form die sie zu sich nimmt wie sieht man sie wie sie aus dem mund noch abfällt was die ganze zeit im mund daran hat und diese zähne bro jetzt muss ich keine angst mehr haben vor der fbi und muss habe keine schuldgefühle als spaß als diese zähne gesehen habe digga dass ihr herbst in augen bekommen der herbst und gruppe auch nein aber spaß beiseite das war ein geiler moment ja digga wie sie aussieht hier digga endlich mich hat es auch aufgeregt dass sie im film kommen ja screenzeit hatte und ich bin endlich froh dass sie hier endlich mal ein auftritt hat und ja mega 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 nice hier stehen sie stark und netzuko in ihrer dämon richtigen dämonen vom gegenüber und das war die end szene wo sie einfach egal wie sie sie getreten hat ich das war einfach nur geil digga ich glaub nach dieser video gebe ich mir die zähne noch mal und ja ich denke dass nur so eine einmalige video ich weiß nicht ob öfter sowas kommen soll oder ob ich sowas mit m facecam machen so wie ich meistens auf diesem kanal ich könnte so was vielleicht ab und zu mal mit einbauen aber nicht allzu oft so dass man denkt das ist jetzt nur noch ein review oder reaction kanal oder sowas falls die leute die es nicht wissen auf twitch wie mich schon mit der webcam seit zwei wochen oder eher zwei wochen ungefähr ich überlege mir auch noch ob ich halt ein face review für youtube machen soll falls die leute die halt nur mit neugierig sind mein gesicht sehen wollen in der video beschreibung habe ich ein twitch kanal verlinkt ihr müsst auch gar nicht freuen oder so falls ihr nur neugierig seid könnt ihr drauf klicken dann müsste glaube ich noch ein clip sein von outlast da sieht dann auch mein gesicht und ja diese folge war einfach nur mega ich hoffe dass nächste woche wir einen erbitterten kampf sehen und ich hoffe dass nezuko sie in stücke reißt da gemacht eigentlich auch einen guten job als dämonen ihr design alles klar und hab gibt es nicht zu sagen und ich hoffe es wird ein geiler kampf ich glaube wir haben noch drei vier vollen vor uns ich bin mir nicht ganz so sicher oder fünf folgen und ja ich hoffe da kommt noch viel viel mehr ich bin gehypt sagt mir wie die folge fandet und ja ich durch den morgen höchstwahrscheinlich im nächsten legends video und ja bis dahin bleibt gesund macht es gut und ciao